Musik Herzlich Willkommen liebe Zuschauer bei Blaupause TV. Heute wieder eine weitere Sendung zum Thema der Funktionalkorrektoren und Coldsoftplatten. Wir werden immer wieder gefragt, was ist denn der einfachste oder was ist der sinnvollste Einstieg, wie kann ich vielleicht noch ein bisschen Geld sparen und trotzdem sehr viel Informationen von den Platten mitbekommen und da hat uns der Hendrik heute wieder etwas mitgebracht, denn die sogenannten Armbänder oder Fußbänder, die hier produziert werden, beinhalten nämlich immer deutlich mehrere Platten. Also anstatt vier einzelne zu kaufen, sind sozusagen in den Bändern schon mehrere enthalten. Und wie das genau funktioniert und dass es funktioniert, das wirst du uns jetzt natürlich wieder hinreichend erklären, würde ich sagen. Also herzlich Willkommen erstmal. Ja, grüß dich, schön wieder da zu sein. Ja, die Armbänder sind in der Tat eine sehr interessante Geschichte. Wie ich damals angefangen habe, gab es die noch nicht. Wie gesagt, da gab es nur die blauen und die grünen Platten. Hier haben wir eine Kombination. Wir haben damals auch schon, wie die Ärzte angefangen haben, die haben nicht nur mit einer Platte gearbeitet, sondern die haben in Russland tatsächlich Kombinationen aus Platten erarbeitet, die dann in der Kombination auch eine Wirkung auf den Körper hatten. Und diese Kombinationen, die sich jetzt über die Jahre bewährt haben, die hat man jetzt zusammengepackt und hat sie in den Armbändern realisiert, wo wir also jetzt nicht nur den Spareffekt drin haben, sondern eben auch die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, die hier jetzt mit kleinen Korrektoren umgesetzt werden. Insgesamt sind in den Armbändern insgesamt acht Korrektoren, also Mini-Korrektoren drin. Sind ungefähr so groß wie der Chip, dieser Universalchip, den wir da haben. Und die haben insgesamt vier unterschiedliche Themen. Also zwei Korrektoren zu jedem Thema sind da mit oben. Die dann in der Kombination, hier haben wir zum Beispiel den Magnat. Bei Magnat ist unter anderem die Siegerplatte mit drin, die Fortunaplatte mit drin. Es ist aber auch, weil es eine spezielle Männerplatte ist, der Hormon, die Hormonplatte drin, die Viererplatte zum Beispiel auch. Bei der vierten weiß ich jetzt gar nicht, was drin ist, aber hier diese Kombination, die erzeugt ein, wie soll man sagen, ein Feld, wo du eigentlich nur in Erfolgsrichtung gehst, in dem Bezug, dass deine Entscheidungen, die du zu treffen hast, das ist schwer zu formulieren. Weil man weiß ja, man macht eine Entscheidung, die meisten machen ihre Entscheidungen ganz unbewusst. Die sagen einmal schnell ja, nein. Aber jemand, der seine Entscheidung bewusst trifft, der sich überlegt, der muss natürlich bestimmte Grundsätze haben, die er in diese Entscheidung mit einfließen lässt. Und das habe ich zum Beispiel sehr stark gemerkt und auch bei anderen, die diese, bei Geschäftsleuten vor allem, die dieses Band benutzen, dass in diesen Entscheidungsprozessen erst einmal viel mehr Stille und Ruhe da ist und viel mehr Informationen kommen vor allem auch auf lange Sicht. Also man hat eine viel längere Sicht nach vorne, um jetzt schon zu entscheiden, wenn ich das tue, erkenne ich die Entwicklung nach dort. Und je weiter ich natürlich den Blick habe und auch das Gefühl spielt hier eine große Rolle, deswegen auch die Hormone mit drin, die ja auch die Neurotransmitter fürs Gefühl stellen. Ohne Hormone könnte man gar nicht fühlen. Das heißt also, auch das wird viel intensiver. Ich habe einen viel intensiveren Bezug zu einer bewusst gefällten Entscheidung, die am Ende dann auch ein sehr starkes Ergebnis bringen wird, mit dem man dann natürlich auch erwarten kann. Da habe ich ja persönliche Erfahrungen. Ich habe es ja, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Also ich würde mal sagen, vielleicht ungefähr ein halbes Jahr. Nicht ganz ein halbes Jahr benutze ich das ja auch. Und das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen, was ich stark merke, ist, wie Kontakte zustande kommen. Wie einfach Dinge plötzlich werden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Früher hat man immer natürlich auch Kontakte, viele Kontakte gemacht. Man will was aufbauen. Wir sind ein Fernsehsender oder ein TV-Sender. Wir brauchen Gäste oder suchen tolle Sachen. Da muss man sich gar keine... Also wir in dem Sinne eigentlich keine Gedanken mehr machen. Ich schließe es jetzt nicht nur auf das Armband zurück. Wir sind so gut aufgestellt. Aber es war auf jeden Fall zu merken, dass die Kontakte, die wir dann hatten, sehr, sehr schnell, sehr produktiv geworden sind. Sehr, sehr schnell erfolgreich geworden sind. Sehr, sehr schnell man sich einig wurde. Was will man denn eigentlich erreichen? Was ist das Benefit für den Zuschauer? Dass diese Prozesse sehr, sehr in der Einfachheit, möchte ich fast sagen, gekommen sind. Und natürlich könnte ich durchaus auch sagen, ich bin ja auch jemand, der nicht an Zufälle glaubt. Aber es ist schon so, dass man auch die richtigen Leute anzieht. Wir suchen jetzt jemanden für... Es gibt diverse Themen, haben wir jetzt erst kürzlich gehabt. Wir suchen jemanden zum Vertexten. Zack, innerhalb weniger Zeit kam von einem Dritten der Hinweis, hier haben wir jemanden. Und, und, und. Also so zeigt sich das dann auch. Ja, weil es sind einfach, wenn man sich die Raumzeitsachse anschaut, auf der wir uns bewegen, ist ja im Grunde schon alles da. Wichtig ist, den Moment zu erkennen. Und der Moment bringt dann das mit, was jetzt gerade aktuell ist. Und wenn ich das natürlich immer stark beleuchtet habe und ich jeden Moment optimal nutzen kann, dann ist natürlich das Ergebnis am Ende auch ein gutes Ergebnis, weil ich erstens einmal keine Zeitung, keine Energie verliere mit Nebensächlichkeiten und weil ich einen klareren Blick dafür bekomme, was wirklich wichtig für mich ist. Also die eigenen Prioritäten. Und das verändert natürlich auch den Menschen. Denn wenn ich mit Klarheit meinen Weg gehe, habe ich ein anderes Auftreten, als wenn ich sage, gehe ich einmal da fünf Meter und dann weiche ich einmal da ab. Und ach, das ist vielleicht angenehmer. Man kriegt einen klaren Blick auf die Menschen, die jetzt für den Moment wichtig sind, wo gute Synergien da sind und was man zur Aufrechterhaltung der Synergien tun muss. Und das alles ist da mit integriert. Also es entsteht ein Feld, wo eigentlich nur Kausal ist und Wichtiges für die Sache, die jetzt gerade angesprochen ist, mit drinnen ist. Und vor allem, ich habe auch festgestellt, bei Cycling, was ich ja praktiziere, Mentaltraining, da gibt es ja viele Wünsche, die man dann zu formulieren hat, die eigentlich gar nicht wirklich mit dem Herz korrelieren. Ich bin mir sicher, wenn ich ein Seminar machen würde und die Leute haben diese Energiefelder um sich herum, dass die Wünsche, die sie dann formulieren, ganz anders ausfallen würden, weil sie einfach den Fokus auf eine viel tiefere Ebene bekommen. So kann man das sehen. Das adäquate Gegenstück zu dem Magnat ist die Betörerin. Also das ist die Frau, die weiblichen Reize der Frau, was ja im Grunde vom Grundcharakter der Frau, warum hat die Frau die Reize, warum möchte sie sich schön machen und schön wirken. Das kommt noch aus der Steinzeit, weil damals gab es noch sowas, wie kirchlich feste Vereinigungen und sowas. Da ist halt er zum Jagen gegangen, sie hat es nicht können, aber sie hat ihm natürlich einen Grund geben müssen, dass er wieder zurückkommt. Und das waren dann die weiblichen Reise, die dann da entwickelt worden sind. Und auf dieses lympische System, was ja immer noch in uns angelegt ist, dieser Reflex, wirkt dann die Betörerin. Das wirkt sowohl auf den Stoffwechsel, dass er das Gefühl hat, was ist da, was wird von mir verlangt, oder wo komme ich an, wie wirke ich auf den anderen, sich also objektiv zu sehen und aus dem Gegebenen das Bestmögliche zu machen. Ich habe schon viele Frauen gesehen, die jetzt nicht wirklich am ersten Blick eine Schönheit waren. Aber was die Frauen interessant gemacht haben, war ihr Charakter, ihre Ausstrahlung. Sie haben sich dann richtig angezogen, sie haben die richtige Frisur getragen und auf einmal hat die Frau eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Und dieser Impuls, das gegebene Potenzial umzusetzen, das ist eben speziell in diesem Armband Betörerin zum Beispiel drin. Ja, das ist ein Thema der Weiblichkeit auch, der Fülle, das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Auch ein Thema der Weiblichkeit und das liegt schon sehr viel auch am Hormonstoffwechsel. Deswegen wirkt es auch körperlich, wer also so mit prämenstruellen Syndromen zu tun hat, der kann da natürlich durch die Korrektur der Hormone auch eine Linderung und eine Verbesserung erfahren. Also wir haben hier nicht nur den rein geistigen Bereich, sondern auch den körperlichen Bereich, weil man kann das eigentlich nicht separiert sehen. Es ist immer alles in Bewegung und alles sollte harmonisch sein. Ganz interessant, dass du das gerade ansprichst, denn wir hatten eh mal geplant, genau zu diesem Thema, also gerade diese Menstruationsprobleme auch bei der Frau, man hört das immer wieder, dass sie wirklich zu leiden dran haben. Und wenn man das natürlich ein bisschen abdämpfen kann, wenn man das ein bisschen in die Korrektur bringt, wie du schon sagtest, das wäre natürlich hervorragend. Da kann ich aber aktuell sagen, wir testen noch. Aber sobald lieber Zuschauer, wir da ein bisschen mehr wissen, also das geht jetzt natürlich an die weiblichen Gäste, da werden wir auf jeden Fall mal eine gesonderte Sendung dazu machen und vielleicht greife ich schon mal kurz vor. Wenn also Frauen da draußen sind, die die Betörerin als Armband schon tragen und natürlich Erfahrungen haben, bitte teilt uns das mit, nehmt Kontakt mit uns auf, denn hier wollen wir ein bisschen mehr draus machen. Das scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. Natürlich, wir Männer haben da immer einen gewissen Abstand, aber das ist auch so etwas, wo mir das Band natürlich hilft, mal ein bisschen den Kopf nach draußen freier zu werden, zu gucken, was sind denn eigentlich dringliche Themen. Und ich habe jetzt lustigerweise, wie gesagt, mit sehr vielen Damen in letzter Zeit zu tun, die alle lustigerweise genau mit diesem Thema auch immer wieder zu kämpfen haben. Also wäre es mir schon irgendwo ein Anliegen, dass man da vielleicht auch eine echte Lösung findet. Ja, da gibt es unterschiedliche. Bei den neuen Armbändern zum Beispiel ist der Navigator der Gesundheit. Das sind jetzt hier die Neuentworfenen, weil man hat hier ein bisschen Probleme gehabt mit diesem einfachen Verschluss, den wenn ich um einen Arm tragen, ich komme mal irgendwo hin an der Kante oder was, oder ich drehe mich im Bett um uns Kopfkissen, dann gehen die Dinge auf. Da haben doch schon einige das verloren. Planeterregionen, wie sie jetzt heißen, nicht mehr Zenteregionen, sondern Planeterregionen, sind das auch umgetauft worden zu einem elfjährigen Jubiläum. Die haben jetzt hier eine Verbesserung geschaffen, indem sie hier oben einfach noch eine Schlaufe gemacht haben. Es ist auch länger. Ich kann mir das jetzt hier sowohl um einen Arm binden, als auch um die Beine, um die Fußfessel rum. Und das ist ganz interessant, denn hier um einen Arm, da habe ich die Anfangspunkte der Meridiane, die dann hier nach unten verlaufen. Auch das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil diese magnetisierten Skalarfelder, ich bin ja auch biophysikalischer Therapeut und weiß, dass wir hier sieben Durchgänge haben von Meridianen. Und wenn die sich überschneiden oder wenn irgendwie in unserer Umgebung ein Sonnensturm oder wir Veränderungen im Weltraumwetter haben, egal was, dann habe ich hier sofort Reaktionen. Und wenn ich hier Reaktionen habe, dann ist die ganze Meridianverteilung gestört. Und wenn ich die Dinge hier am Arm trage, kann man also mit Körperhobliopathie wunderbar testen mit dem Tensor, bin ich hier immer ausgeglichen an diesen Ausgleichspunkten. Das ist schon einmal sehr wichtig, weil damit habe ich meinen Kreislauf und auch meine energetischen Meridianbahnen immer optimal. Also gerade für Leute, die sich mit TCM beschäftigen, ist es perfekt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Denn auch die Akupunktur funktioniert nur so gut, wie die Meridianbahnen hier sich nicht überkreuzen und destruktive Interferenzen erzeugen. Und das andere ist unten am Fuß, das sind dann die Ausgangspunkte der Meridiane, wo ich dann eine weitere Begradigung machen kann. Also mit anderen Worten, ich betreibe eigentlich hier tiefste TCM, indem ich an den Armen und an den Beinen am Anfang und am Ende der Meridianbahnen hier Korrekturmaßnahmen vollziehe, die dann nachhaltig die Meridiane in ihrem Fluss belassen und auch die Hautwiderstandspunkte extrem ansprechend machen. Das heißt, alle Interventionen, die dann mit Akupunktur, Akupressur zum Beispiel gemacht werden, haben natürlich dann auch eine wesentlich intensivere Wirkung. Eigentlich ein gutes Thema, um daraus mal eine eigene Sendung zu machen, denn ja wunderbar, die Akupunktur wird ja gerade bei uns auch sehr intensiv eingesetzt. Und ich kann auch nur jedem raten, sich mal mit der TCM wirklich auseinanderzusetzen, auch weil alleine da enorme Effekte natürlich entstehen. Ja, wenn man versteht, auch wie unser Kreislauf funktioniert, auch mit den Energiebahnen, könnte man jetzt sagen, im übertragenen Sinne. Jetzt sehe ich aber, dass das natürlich deutlich größer ist. Also wenn ich jetzt natürlich so jemand wie mich, mit meinen dünnen Ärmchen, also ja, ist es dann schon ratsamer. Also die wird es nach wie vor weiterhin geben, oder? Die wird es weiterhin geben, aber das hier ist jetzt zum Beispiel die Kraft des Lichts. Ja, die wird es also nur in diesen Größen geben, ja. Aber auch bei deinen Armen, wenn du dir das hier rummachst, du hast hier vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit dann drin, ja. Aber im Großen und Ganzen, man kann es sich auch am Oberarm hinmachen, die sind halt jetzt halt eher für die Beine gemacht, ja. Denn ich sage es auch mal so, mir geht der Blatt schon langsam aus, ja. Ich habe hier mein Magnatband, ich habe hier mein Kardioband, Ich möchte jetzt auch aufgrund der aktuellen Situation, weil wir in einem mikrobiellen Umschwung sind, das passiert alle Zyklen auf der Erde, möchte ich natürlich auch gerne mehr Immunität noch verstärken, habe mir das Immunschild noch gekauft. Es gibt hier den Navigator der Gesundheit, das wäre jetzt zum Beispiel für Frauen mit so prämenstruellen Symptomen auch anzuraten, dass die entweder das Navigator der Gesundheit nehmen oder die Vital Balance. Das sind also beide Bänder, die man da speziell nehmen kann, wenn das Frauenband, also die Betögerin, nicht ausreichend ist. Normalerweise, wenn man das trägt, sollten sich auch die menstruellen Probleme lösen, sofern sie hormoneller Natur sind. Es kann natürlich auch sein, dass es hier nicht hormoneller Natur ist, weil die Menstruation ist ja auch eine sehr starke Entgiftung. Und wenn ich natürlich sehr viel Gifte nehme, ist es vollkommen klar, dass ich auch eine sehr starke Entgiftung habe. Das ist auch ein Thema, wenn die Frauen dann in die Menopause kommen, dann muss man sich einmal überlegen, was der Körper da für einen Gewaltakt vollziehen muss, um neue Wege der Entgiftung zu finden, wenn die über die Menstruation ausbleiben. Da muss sich das ganze Körpersystem umstellen. Und da macht es natürlich dann schon Sinn. Da würde ich aber auch noch mit der Dreierplatte arbeiten, weil die ist speziell dafür gemacht, für die Mechanik. Das Band wäre dann eher die Intelligenz, die in der Mechanik dann mit einwirkt. Und in der Kombination ist es bestimmt sinnvoll, in diesen Zeiten dann hier in dieser Kombination zu arbeiten. Ich bin auch wirklich auf die Rückmeldungen gespannt. Und es scheint, wie gesagt, klar, wir uns als Männer, wie gesagt, interessieren uns in der Regel jetzt natürlich oder haben es nicht am eigenen Leib. Deswegen interessieren wir uns nicht so dafür. Aber es ist ein wichtiges Thema, was offensichtlich auch bei vielen Frauen immer wieder hochkommt oder scheint zu verstärken. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall ist in letzter Zeit dieses Thema immer wieder an mich herangetragen worden. Und deswegen hat das jetzt ja wieder gepasst. Weil wir haben das jetzt ja nicht vorher abgesprochen, sondern diese Synchronität ist jetzt plötzlich wieder da. Also scheint es auf jeden Fall ein Thema zu sein, was sicherlich da draußen interessant sein dürfte, zu erfahren, wie es funktioniert oder zu unterstützen. Da kann ich auch den Tipp geben, also wenn man mit der Platte arbeitet, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, man muss natürlich wissen, wie Energie läuft. Energie verläuft immer an den Kanten entlang. Auch in einem Raum verläuft immer an den Ecken. Deswegen räuchert man auch die Ecken aus und nicht den Raum. Wenn ich das weiß, dann kann ich zum Beispiel hergehen und bei vielen Frauen, wenn die eben hier mit ihren Problemen zu tun haben, haben die meist dann geschwollen im Bauch. Die Lymphen sind dann unten zu in den Leisten. Da kann ich dann zum Beispiel hergehen und kann auch Massagen machen, indem ich einfach mit den Kanten oder den Spitzen dann sanft den Bauch massiere. Ich kann auch mit der ganzen Fläche drüber sein, aber dann schon direkten Kontakt, weil da bauen sich Felder auf dann. Das sind minimale Felder, aber die transportieren bereits die Informationen und die Energie dann in das Körpersystem rein. Und durch das, dass man es bewusst vollmacht, das kennen wir ja vom Steiner in der Anthroposophie, wenn ich das bewusst mache und da für fünf Minuten einmal meinen Bauch massiere, dann werden sich da schon Verbesserungen ergeben, einfach nur aus diesem bewussten Zustand der Zustandsveränderung heraus mit so hoch kohärenten Energien. Und das sind natürlich auch wunderbare Erfahrungen, wenn das ein Mensch für sich macht, dass er sich selber helfen kann. Wenn er sich für sich ein bisschen Zeit nimmt, gibt ihm dann auch eine neue Wertigkeit, wie er mit seiner Zeit umgeht. Und da steckt schon sehr viel Potenzial drinnen, der Veränderung, die wir für die neuen Zeiten auch brauchen. Und das kann man auch genauso gut mit dem Band machen. Vielleicht ganz so schön, das kann ich dann so knicken und kann dann ein bisschen massieren, wobei ich es dann lieber über die ganze Fläche mache, weil wir haben ja dann hier immer die einzelnen Korrekturen drin. Und wenn ich dann hier so über den Bauch drüber fahre, dann geht das genauso. Oder auch in den Leisten, das man reinlegt und so Bewegungen macht. Wichtig sind nur Bewegungen, denn in der Starre bewegt sich nichts. Und wenn ich hier bewege, bewegt sich auch die Energie. Und dann slice ich die Energie mehr oder weniger in das System mit rein. Was wäre oder was könnte man dann noch dazu sagen? Also wie gesagt, das sind jetzt sozusagen die, einfach aus Sicherheitsaspekt sozusagen, ist ein bisschen länger geworden, der Sicherheitsaspekt, dass man es wirklich nicht verliert, weil du hast schon recht hier, das kann schnell mal, da bleibt man wirklich nur irgendwo mal hängen. Wie ist denn das? Trägst du das dann dauerhaft? Ich trage die immer. Ich nehme die auch, müsste ich zwar auch nicht machen, weil die im Grunde wasserdicht sind. Ich nehme sie eigentlich nur zum Duschen und zum Baden ab. Ansonsten trage ich die immer. Ich gehe da nach dem Gefühl. Ich kann jetzt, wenn du mich fragst, warum kann ich das nicht sagen. Ich habe einfach das Gefühl, ich brauche sie. Und ich habe natürlich Themen gehabt mit massiven Durchblutungsstörungen in den Beinen. Ich bin ein vage Wassermann, also reiner Luftikus. Die Wassermänner haben vor allem Probleme mit den Beinen. Da muss man also auch ein bisschen präventiv was tun, wenn man so in der Luft rumhängt. Und von daher habe ich mir das Venormband jetzt zugelegt. Ich habe hier das Kardioband einerseits. Aber das Venormband, das geht eben mehr in die Kapillare mit rein. Auch beispielsweise bei Frauen, wenn die Besenreißer haben, ist ja auch ein Zeichen von Übersäuerung, weil sich da die Erythrozyten verdichten und dann in die Kapillare gehen. Da bilden sich diese Stechapfel-Erythrozyten, wie man sie kennt. Und wenn die mal in den Kapillaren drin sind, kommen die nicht mehr raus. Und dann entstehen diese Besenreißer. Oder auch Verhärtungen in den Krampfadern. Das kann man also mit diesem Venorm-Fußband, das ist dann in derselben Länge, kann man das sehr schön umgehen. Und man merkt vor allem sofort eine Verbesserung. Ich habe bei meinen akuten Beschwerden, wie ich jetzt hier mit dem Kardioband gearbeitet habe, ich habe also über gut zwei Monate lang extreme Schmerzen gehabt. Durch Blutungsstörungen sind keine schönen Schmerzen. Man kann sich hinstellen, legen, gehen, wie man will. Der Schmerz ist immer da. Und vor allem der Fuß wird taub. Und als ich das Band hin habe, hat der Fuß auf einmal unten unwahrscheinlich zum Schmerzen angefangen für fünf Minuten. Das war richtige Schmerzen. Nach fünf Minuten hat sich das aufgelöst und ich habe gemerkt, wie es warm worden ist im Fuß. Und das war natürlich bei dem Fuß auch nicht mehr möglich, dass der warm worden ist. Die waren immer eiskalt und ohne Gefühl. Und da habe ich dann also schon einen Respekt gekriegt von der Kraft. Ich habe ja schon vieles probiert. Ich habe das auch mit OPC und Pipapo probiert. Aber es sind jetzt nach dieser Maßnahme nur noch Sekundärmaßnahmen, die ich zur Unterstützung dieser Primärmaßnahme mache. Und das kam dann auch ganz von selber, dass ich gesagt habe, ich brauche auch für meine Gefäße entsprechende Nährstoffe. MSM zum Beispiel, Bioflavonoide, die die Permeabilität des Adern-Systems ein bisschen verbessern. Auch Vitamin C für die Kollagenase, dass sich die wieder bilden kann. Und natürlich auch OPC, dass der Dreck durch die Adern rausdiffundieren kann. Und da sind wir halt dann auch an dem Punkt, wo ich sage, bei dem Venormband ist zum Beispiel auch die Platte 2 mit drin. Weil die Russen das systemisch verstehen. Und die wissen ganz genau, wenn ich meine Adern frei mache und der Dreck dann rauskommt, dann muss der Dreck auch ausgeschieden werden. Es hat gar keinen Sinn, wenn ich nur den raushole und dann bleibt er drin liegen. Dann habe ich Probleme an einer anderen Stelle gebaut. Und da sieht man eben diese feinen Abstimmungen, die mit der Hauptindikation dann einhergehen, bis dann eigentlich schadstofffrei alles draußen ist, was mir meine Probleme bereitet hat. Und das kann natürlich je nachdem ein bisschen dauern. Ich meine, beim jungen Menschen geht es noch sehr viel schneller, weil der noch regulationsfähiger ist. Und je weniger man in der Regulation ist, desto länger dauert es. Deswegen empfehle ich auch immer, ein Annolyt dazu zu trinken, damit man sein Membranpotenzial auf der Zelle so weit erhöht, dass die Zelle nicht mehr unter der Übersäuerung zu leiden hat, sondern diese Informationen auch metabolisch im Intermediärstoffwechsel umsetzen kann. Das beschleunigt die Sachen. Man kann natürlich auch ohne, aber dann dauert es eben etwas länger, weil die Zelle dann eben viel länger braucht, um diese Informationen, diese Arbeitsleistung dann auch umzusetzen. Da ist einfach die Kraft nicht da. Ja, wobei dazu zu sagen ist, dass diese Korrektoren natürlich immer möglichst auf der sanften Ebene arbeiten. Es geht ja nicht um radikale Umbrüche, obwohl die sicherlich auch vorkommen, haben wir auch schon Fälle gehabt. Aber es geht in erster Linie mal, um wieder leicht in die Balance zu gehen. Das ist ja eigentlich das Entscheidende dabei. Auch bei einer Entgiftung ist das Wichtigste, dass sie nicht radikal vonstatten geht, sondern dass es eine sanfte Entgiftung ist. Der Körper muss sich daran gewöhnen. Wie du schon sagst, es nützt gar nichts, Gifte zu lösen, wenn sie dann im Körper verbleiben. Das heißt, sie müssen natürlich auch dementsprechend wieder raus. Und das ist das Entscheidende dabei. Genau. Da müssen wir halt kausal denken. Deswegen gehe ich jetzt da mal her, und verwende eigentlich nur Wasser-Ione, die im Grunde in den Redox-Systemen, weil das ist das unterste System, das ist eine monokausale Ursachenebene. Jede Erkrankung ist mit einer Übersäuerung verbunden. Es gibt keinen Kranken, der nicht übersäuert wäre. Einen Kranken im basischen Bereich gibt es nicht. Es gibt zwar dann die chronisch Kranken, wenn die Krebs haben, dass aufgrund der vielen Abfallstoffe aus dem Knochen immer mehr Kalzium ausgebaut wird und die Kalziumreste des Blut dann in eine Alkalose bringen. Aber das ist eine andere Form der Alkalose, als wenn ich in meinem Körper freie Elektronen rumschwirren hätte. Das muss man eben hier noch mit dazu sehen. Ein ganz wichtiges Band ist zum Beispiel auch hier die Kraft des Lichts, die wir hier haben. Das ist ein Band, das muss man mal ein bisschen erklären. Wir wissen ja alle über die Bio-Photonen. Bio-Photonen ist im Endeffekt zerlegtes Licht, die Lichtemissionen aus dem zerlegten Licht, die über körpereigene elektrochemische Prozesse vonstatten gehen. In der Natur gibt es dafür, wenn man sich noch natürlich ernähren könnte, Sekundärpflanzenstoffe. Das ist das, wo wir tatsächlich Nährstoffdefizite haben an der Diversität, an der Vielfalt. Und da gibt es zum Beispiel die sogenannten lebendigen Makromoleküle. Das sind Sekundärpflanzenstoffe, die für das Lichtmanagement der Pflanze und auch in unserem Körper verantwortlich sind. Das Licht steuern in der Pflanze die Chloroplasten. Bei uns ist es aber auch die Steuerung der Bio-Photonen. Und auch, wo die dann hingeleitet werden. Und auch das Zerlegen von den Photonen, die reinkommen in Bio-Photonen, die haben ja auch bestimmte Lichtspektren und aktivieren dann auf sehr tiefen Prozessen, auf sehr kausalen Prozessen, ganze Ablauf-Kaskaden. Und hier ist die Kraft des Lichts ein wunderbarer Zubringer, der eben hier eine Regulation, eine Korrektur, die man jetzt nicht wirklich spezifizieren kann, weil dafür gibt es viel zu wenig Wissen über die Bio-Photonen. Aber wir wissen, dass es kohärentes Licht ist, mit einer Strahlkraft von einer Kerze, die du aus 10 Kilometern siehst, aber das Licht streut sich trotzdem nicht. Es kommt wie ein Laserstrahl ganz gezielt an und triggert dadurch Prozesse an. Und das passiert eben hier auch. Ich habe also einerseits, was ich machen muss, weil ich kann Elektronen nicht einfach aus dem Raum her zaubern. Die muss ich mir wirklich zuführen. Und dafür gibt es nichts Besseres wie das Katalyt. Das ist die eine Seite, wo ich kausal schon einmal die Funktion von meiner, soll man sagen, Hauptumsetzer der Energien mache, nämlich die Zelle, dass ich die optimal versorge. Und der Rest, auch die Lichtsteuerung, das können dann diese magnetisierten Skalarfelder machen und die Dauer der Wirkung, wie sich das dann bei uns umsetzt, liegt immer an der Leistungsfähigkeit der Zelle. Deswegen muss man hier immer ein bisschen kombinieren, aber da muss ich wirklich auf der Kausalebene sein mit den Elektronen, denn die Elektronen sind im Grunde das treibende Element und Bestandteil dieser magnetisierten Skalarfelder und die reagieren auch sofort. Ich habe eine sofortige Umsetzung. Da habe ich genug Elektronen, da habe ich eine sofortige Umsetzung auch in den Zellstoffwechsel rein. Und deswegen sind das schon zwei wichtige Komponenten, die man bedenken sollte. Wer Zeit hat, kann es natürlich auch ohne machen, aber mehr Erfahrungen, die macht man natürlich, wenn man sich optimal versorgt. Diese schnellen Prozesse, wie du gesagt hast vorher, die unterbleiben dann natürlich auf der physiologischen Ebene. Weil da haben wir ja bestimmte Ordnungsabläufe. Auf der geistig-mentalen Ebene, da gibt es keine Grenzen und da gibt es auch keine linearen Abläufe. Deswegen kann es da durchaus sein, dass es dann auf einmal ein Tsunami unserer Verdrängungen trifft, den wir nicht mehr ausweichen können. Das mag sich unangenehm anfühlen, wenn man aber dann durch diese Schlacht einmal durch ist, dann wird man den Segen erst im Nachhinein erkennen, weil das dann ein einmaliger Kampf hat, den man nicht mehr wiederholen muss. Und ansonsten hat man halt das Leid in viele kleine Häppchen geteilt. Und wie gesagt, wir haben das in allen Sendungen immer wieder angesprochen und da werden wir auch nicht müde, es immer wieder zu tun. Es geschieht erstens alles immer in einem gewissen Interesse. Also es hat alles seinen Sinn und es kommt nichts auf uns zu, was nicht zu bewältigen wäre. Aber das heißt nicht, dass dieser Prozess des Annehmens, des Hinschauens dadurch viel leichter wird. Das muss ich trotzdem noch tun. Da komme ich ja nicht drum herum. Aber ich habe, wie gesagt, gewisse Stützräder, Unterstützung, wenn ich mir diese Prozesse anschaue, damit einfach entweder Entscheidungen schneller getroffen werden oder in die richtige Bahn gelenkt werden. Das ist ja oft das Thema. Gerade Entscheidungsträger heutzutage müssen so schnell blitzgescheit, hunderte Entscheidungen am Tag teilweise für ihre Firmen und Mitarbeiter treffen. Was da fehlt, ist Klarheit. Und diese Klarheit, wenn die da ist, dann habe ich ja andere Grundlage, eine Entscheidung zu treffen. Du hast jetzt einen schönen Übergang gemacht, denn bei den neuen Bändern ist auch der Intelligenzaktivator dabei. Das heißt nicht, dass dich der superkeit macht, von der rationalen Seite her, sondern dass der auf die neuronale, synaptische Verknüpfung wirkt und die ist vor allem im Herzdenken auf der rechten Seite mit dem Herz verbunden. Das heißt, wenn ich etwas verstehen will, dann geschieht das Verstehen über das Gefühl, was ich für das aufbringen kann. Das kann sich entweder super gut anfühlen und dann gehe ich da drin auf und dann kommen Hunderttausende von Bildern, die mir da Visionen zeigen, wie was sein könnte. Also ich kriege immer mehr ein Bild davon, von dem, was passieren könnte oder wie der Zusammenhang abläuft. Das kann ich mir rational niemals in dieser Klarheit bringen und für das ist zum Beispiel, wie du ja auch schon gesagt hast, Entscheidungen, was ist wichtig, was muss ich sagen und was nicht. Das sind selektive Prozesse, die wir sehr unbewusst fällen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, sondern das kommt aus Denkstrukturen raus. Und hier mit diesem Aktivator, mit dem Intelligenzaktivator, da gehen wir dann so mehr in die taoistische Richtung, wo man sagt, willst du etwas schnell erledigen, lass dir Zeit und du fängst an, das zu verstehen. Mein Vater hat immer gesagt, wir am Vormittag denken, wir müssen am Nachmittag nicht arbeiten, weil wir meistens die Fehler, die wir am Vormittag durch zu schnelles Handeln gemacht haben, am Nachmittag abarbeiten müssen. Und deswegen lieber ein bisschen Zeit lassen und auch einen Blick dafür kriegen, was ist kausal wichtig, was muss ich wirklich mitteilen und was ist eigentlich unnötig und verwässert im Grunde meine Grundinformation. Also das sind so die Dinge über das Verständnis eines Mechanismus, wie der läuft und was ist wichtig für den Mechanismus. Das wird über diesen Intelligenzaktivator vermittelt. So zumindest die Grundintention, ich habe ihn noch nicht probiert, aber das ist natürlich auch einer, der bei mir noch auf der Wunschliste steht. Das zeichnet dich ja aus, dass du wirklich bei allen Sachen immer in die eigenen Experimente gehst und es ausprobierst. Und du hast es ja auch erwähnt, deine Gesundheit war auch nicht immer die beste und du nutzt es ja auch als Unterstützung, um immer wieder einen Schritt voranzukommen. Was ja mir auch zeigt, okay, du guckst halt hin, du verdrängst es nicht und übernimmst Verantwortung dafür. Das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Wer das aus meiner Perspektive eigentlich tut, kann eigentlich schon nach, kann eigentlich fast keinen falschen Weg einschlagen. Da mag vielleicht die Zeitdauer, bis Heilung eintritt oder das Erfolg da eintritt. Also wir erfolgreich wären vielleicht in einem Unternehmen oder sowas. Das kann sich beschleunigen oder halt nicht. Aber entscheidend ist immer der Weg. Ja, das ist noch auch mit entscheidend, was verstehe ich unter Erfolg? Wie gut kenne ich mich? Bin ich ein Individuum, was nach etwas strebt, was gar nicht in meiner Potenzialerfüllung liegt? Also strebe ich nach falschen Werten? Dann werde ich niemals Erfolg haben. Da kann ich noch so viele Magnatarmbänder tragen, weil es einfach nicht an meiner individuellen Schiene liegt. Es gibt Menschen, die können viel Geld bekommen. Denen ist es vom Schicksal auch zugestimmt, dass sie viel Geld bekommen. Wenn ich jemand bin und so ist es nun einmal bei mir zum Beispiel, ich habe immer alles gehabt, was ich gebraucht habe, aber ich habe nie zu viel gehabt, aber auch nicht zu wenig. Wenn ich jetzt hergehe und mir das Magnatanband rumtue und sage, jetzt will ich einmal eine Million am Konto haben, dann werde ich nur Frustrationen erleben. Ich muss also lernen, damit auch zufrieden zu sein, dass ich alles das habe, was ich brauche und meine Wünsche dann auch nicht in irgendwelche Sehnsüchte reintun, sondern mir bewusst werden, wenn ich die Sehnsucht habe, eine Million zu haben, was will ich denn wirklich damit? Ich will eine Sicherheit im Endeffekt haben, die ich an meinem Leben nicht erkennen kann, weil wenn ich immer alles habe, was ich brauche, was brauche ich dann eine Million? Das ist ja dann nur Stress. Die kann ja auch immer gelobt und wegkommen. Wenn ich aber damit etwas umzusetzen weiß, dann muss das Geld auch nicht zu mir kommen. Ich habe schon die wundervollsten Dinge erlebt, wo ich gesagt habe, wow, ich würde das gerne machen und habe das Geld nicht. Nach einmal war jemand da, der das gehabt hat und nicht gewusst, ob er damit anfangen soll. Also es ist, man darf keine Vorstellungen haben von dem, was man sich erfüllt haben will. Dasselbe gilt auch für Gesundheit. Denn ich heute in einer komplett vergifteten Welt so gesund sein will, wie so ein Indio im Wilkabamba-Gebiet und dann damit mit 60, 70 Kilo Dreitausender-Berge hochsteige, ohne zu schnaufen und ohne zu schwitzen, dann überfordere ich mich. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich in einem vergifteten Umfeld lebe und dass Gesundheit für uns heißt, regulationsfähig zu bleiben und anpassungsfähig zu bleiben und noch Lebenslust zu haben und möglichst wenig Fehler zu machen, um mich noch weiter ins Verderben zu bringen, dann habe ich Gesundheit richtig verstanden und dann habe ich auch nicht den Anspruch, dass er jedes kleine Wehwehchen decken muss, sondern die haben durchaus ihre Berechtigung, wenn das da ist, weil ich eben was kaputt gegangen ist, dann ist dieses Wehwehchen da, dann muss ich damit lernen, es zu akzeptieren und arbeite natürlich daran, dass die Akzeptanzgrenze für mich möglichst weit unten bleibt, dass ich also da keine Schmerzen oder sonst was habe, sondern so weit optimieren wie möglich, aber nicht das Unmögliche wollen. Wenn ich einen Arm verliere, ich kann mir den nicht nachwachsen lassen. Gibt es vielleicht, muss ich Grabovoi-Kurse machen und von 100.000 ist dann vielleicht einer dabei, bei dem vielleicht der kleine Finger nachwächst oder was. Aber das ist kein Konzept für alle. Man sollte dann lernen, wie kann ich mit dem Verlust des Armes umgehen, wie kann ich den anderen Arm jetzt einsetzen, wie kann ich kompensieren, wie kann ich ausgleichen und wie kann ich mich trotz dieser Fissur gut fühlen. Ja, das hat was mit Annehmen zu tun. Das kann man nur für sich entscheiden, was man annehmen möchte oder was nicht. Genau, weil ich habe die Erfahrung gemacht, jede Krankheit bringt auch oder erweckt auch ein Potenzial. Das beste Beispiel ist der Burkertheim. Das war einer der weltweit höchsten Koryphäen, die ich kenne. Der hat damals schon in den 70er Jahren die Relativitätstheorie bis in die zwölfte Ebene berechnet. Und was ist mit dem passiert? Der hat als 14-Jähriger, hat der die Atombombe vom Heisenberg, die gerade entwickelt worden ist, schon übertrumpft und hat dann während dem Bombenalarm im Unterricht an seiner kleinen Bombe gebaut, hat zum Glück nur minimalste Sachen im Nachkommastellenbereich verwendet, aber trotzdem, es hat eine Explosion gegeben, es hat ihm die Arme weggerissen, er hat fast nichts mehr gesehen, hören konnte er nicht mehr. Und dieser Mensch hat ein fotografisches Gedächtnis entwickelt und hat eine Intelligenz entwickelt, aus seinem Zustand raus. Und wenn du einmal den Mann reden hörst in seiner Biografie, dann merkst du an seinen Worten, wie abgeschlossen und abgerundet der ist, wie in Harmonie der mit sich ist, wie er alles akzeptiert hat, was er nicht kann und seinen ganzen Fokus auf das gelegt hat, was er kann. Und das ist aus meiner Sicht das, was wir heute machen müssen, denn wir können nur suboptimal funktionieren, da können auch die Bänder nicht groß was helfen, die können nicht diese Ummengen von Gift neutralisieren und vor allem die Wirkungen, die wir ja schon seit Jahrzehnten in uns drin haben. Viele Menschen haben noch nie entgiftet, das sind Sondermülllager auf zwei Beinen, die über viele Jahrzehnte den Dreck da drinnen haben, wenn die heute hergehen und den rausbringen wollen, die würden sich damit umbringen. Der Körper hat ihn jetzt einmal sicher deponiert, aber es hat auch seine Wirkung auf den Körper. Und mit der muss man halt leben, wir kommen nicht drumherum, weil auch wenn ich das Gift draußen hätte, ich kriege es ja wieder nach. Ich kann ja nichts mehr essen, trinken oder atmen, wo kein Gift mehr drin ist. Ich kann nur versuchen, es in Mengen zu bringen, dass mein Körper regulationsfähig bleibt, dass ich mich gut fühle, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle und das verstehe ich heute unter Gesundheit. Ja, und ich verstehe, und zum Beispiel bei mir als Erfolg, bin das das kürzlich gefragt, worden im Zuge einer anderen Sendung, was für mich erfolgreich sein bedeutet. Ich sage, von meiner Arbeit zu leben, die ich gerne mache. Ja, das bedeutet nicht, dass ich jetzt eine Million auf dem Konto habe, denn die ist für meine Arbeit nicht notwendig. Ich will das von vornherein nicht ausschließen, aber dass ich davon leben kann, alleine schon, dass ich als Unternehmer, durch meine Unternehmung lebe und nicht fremdbestimmt von jemandem anders bin, wenn das nicht erfolgreich ist, also dann weiß ich auch nicht. Ja, und das hat was mit unserer Wertevorstellung zu tun. Und ich möchte auch die Sendung wirklich mit diesen Worten beenden, denn da sind wir wieder super synchronisiert, denn gerade die Biografie von Burkhardt Heim ist wirklich etwas, was ich jedem auch ans Herz legen kann. Der Mann hat noch eine eigene, der musste das Schreiben wieder lernen. Er brauchte zwei Sekretärin und seine Tochter dazu, die ihm das versucht hat, abzuschreiben. und der hat die unglaublichsten Formeln entwickelt und das zu einer Zeit, wo er es wirklich als verrückt gegolten hat. Ein tolles Vorbild, wenn man jemanden sucht, der Forscher war, Theorien entwickelt hat und trotzdem noch gelebt hat als Mensch, trotz seiner totalen Entstellung, dutzende Operationen und, und, und. ja, da haben wir wohl ein gemeinsames Vorbild, würde ich sagen. Oder jemanden, wo man sagen kann, hey, schau mal, so kann es auch sein. Es ist schade, dass es auf der Welt so wenig Menschen gibt, die so eine Vorbildfunktion haben, wie ein Schauberger, wie ein Tesla, ja. Das sind schon wirklich besondere Menschen, auf die man schauen muss, auch ein Caligaris, wenn man die kennt und sich mit denen ein bisschen auseinandersetzt, dann lernt man auch selber so seine eigenen Zielrichtungen zu fokussieren und seinen Fokus auf das zu bringen, was wirklich wichtig ist und das liegt in uns drinnen. Das müssen wir halt erstmal erkennen und dafür sind die Platten natürlich genial, denn für den Innenblick und das ist ja auch, was Jesus schon gesagt hat, Gott, die Welt Gottes ist in dir, nicht außerhalb von dir, das da draußen ist, ein Spiegel, der sich aus der Resonanz aufbaut, die wir aus unserem Inneren erzeugen und mit solchen Energy Tools kann ich eine Bewusstheit auf meine inneren Resonanzen bekommen und habe die Möglichkeit, meine innere Resonanz zu verändern, womit automatisch Dinge wegfallen, die nicht mehr zu mir gehören, mit denen ich nicht mehr resoniere und sich nur noch auf die Dinge dann beschränken, die mit mir, weil die Energie, die ich für die Nebensächlichkeiten braucht habe, geht jetzt alles in meine Hauptenergie rein und die wird natürlich viel, viel stärker in ihrem Resonanzverhalten und damit tauchen natürlich auch die Dinge in der Materie sehr viel schneller auf, die richtigen Menschen, die richtige Umgebung, die richtigen Situationen und auf einmal ist das da, was man sich gar nicht erdenken kann und man sieht, das Universum ist so ein geiler Baumeister, bis ich da zehnmal gedacht habe als Universum, das hunderttausendmal besser gemacht. Wunderbar, wieder ein glänzendes Schlusswort, das möchte ich auch genauso widerstehen lassen. Danke dir natürlich nochmal für die Ausführungen, freue mich wieder auf die nächste Sendung und ich bin echt gespannt, was wir da noch bekommen werden, weil genau darum, das ist genau die Essenz, die ich da spüre, worum es am Ende geht. Es ist nicht nur, ja, das ist nur eine Technologie, es ist immer, wir sind es diejenigen, die es anwenden und was nicht da ist, kann nicht hervorgezaubert werden, sondern es verstärkt das, worauf wir unsere Intentionen legen und hilft uns einfach dabei, einfach mit diesen transformatorischen Prozessen, die jetzt ja überall stattfinden und global stattfinden und in einer irrsinnigen Geschwindigkeit vor allen Dingen, damit auch ein Stück weit zurecht zu kommen und das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Ich möchte abschließend noch sagen, diese Platten hier und die Energien, die da oben sind, korrespondieren mit unserer Geistnatur. Das ist ganz wichtig, weil wir sind nicht das Fleisch, was sich hier durchs Leben bewegt, aber wir sind verantwortlich für das Fleisch, indem wir entscheiden, wie wir uns ernähren und pipapo. Und indem wir uns unserer Geistnatur immer mehr und mehr bewusst werden, kommen wir auch, weil auch die Energien in unserem Umfeld verändern sich, wir haben immer mehr hochenergetische Strahlung von der Sonne, die uns trifft, das heißt, das, was wir hier drinnen tragen, bis die Umsetzung in der Materie erfolgt, geht jetzt immer schneller. Und die Sache ist, wenn ich mir meiner Geistnatur bewusst bin und dieser Geistnatur volle Konzentration schenkt, dann komme ich quantenphysikalisch in die Superposition. Und nur aus der Superposition kann ich durch bewusstes Beobachten Materie verändern, kann mich fokussieren. Und das machen die Platten, was bedeutet, ich fokussiere meine Geistnatur auf meinen Körper, organisiere die Abläufe in meinem Körper, indem ich entscheide, was verwende ich aus diesem Orchester, was lasse ich jetzt Musik machen, was für meinen Körper gut ist, dass er sich richtig bewegt und wieder richtig in die Harmonie bringen kann. Und damit findet auch der Sprung, der spirituelle Sprung, auf den wir alle warten, in die Wahrnehmung und ins Bewusstwerden der Geistnatur statt, weil wir ja hauptsächlich mit Geistnatur arbeiten, wenn wir mit den Platten arbeiten. Ja, alles ist Geist. Lass es fließen, würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Ausführungen. Gerne. Ja, was gibt es da noch zu sagen, liebe Zuschauer? Wie gesagt, ich möchte es noch mal sagen, weil, wie es auch immer wieder gefragt werden, schaut es euch bitte noch mal das Buch an. Ein paar, wie gesagt, sind immer noch da. Da sind also Anwendungsbeispiele drin. Es wird über die gesamte Callsoft-Technologie und die Funktionalkorrektoren, wie sie eigentlich heißen, recht gut berichtet, vor allen Dingen, wie es gesagt, wie es funktioniert. Weil da gibt es immer wieder noch Fragen, die auch wir nicht immer perfekt beantworten können. Und das Geheime ist es tatsächlich, probiert das selber aus. Der Mensch ist das beste Messinstrument überhaupt. Und ihr seht es ja auch am Hendrik, es ist ein Tausendsasser, wenn es ums Probieren geht. Und das ist es letzten Endes auch. Auch das Leben besteht so ein bisschen aus Testen, Probieren und sich das Beste mitnehmen, was man einfach als Erfahrung, als Prozess daraus lernt. Und in diesem Sinne, ja, schau dir die anderen Videos noch mal an, lass einen Daumen da, schreib deine Kommentare bitte mit, auf jeden Fall in die Sendung mit rein. Deine Impulse sind wichtig, auch für andere Zuschauer. Vergiss das niemals. Du hast hier also auch, ja, ich möchte nicht sagen, eine Verantwortung, aber letzten Endes ist es genau das. Wenn wir das zusammen machen, wird es doch für alle viel, viel einfacher. Und ich bedanke mich bei allen, die das schon getan haben und wünsche wie immer eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.